Hallo, ich bin Christine Thajan, arbeite seit zwei Jahren mit Dr. Freyer in der Voruntersuchung. Ja, hallo, mein Name ist Habibard Somboy. Ich kann es kaum erwarten, bin aber auch schon ein bisschen aufgeregt jetzt. Da freue ich mich dann richtig drauf, mit meinen Jungs dann fangen zu spielen ohne Brille. Worauf freust du dich am meisten, wenn du gleich dann keine Kontakte oder Brille mehr tragen musst? Am meisten freue ich mich, dass ich dann endlich durch den Spiegel mich sehen kann und mich schmülen kann ohne Brille. Hast du Angst vor der Operation? Nein, absolut nicht. Weil ich halt Dr. Bayer kenne. Angst nicht, nee. Also mehr Respekt, dass ich endlich dann ohne Brille bin, aber nein. Also vor der Operation natürlich noch einen Betäubungströpfchen. Einmal bitte nach oben gucken. Ihnen geht's gut? Ja. Während der Leserung werden Sie deutlich schlechter sehen, die grüne Punkte verschieben. Nicht Angst bekommen, das ist normal. Haben Sie das so ungefähr erwartet? Also ganz leicht habe ich gespürt, dass da was passiert, aber Schmerzen sind ein bisschen ab. So. So viel zum Thema. Du bist auch gewesen. Danke. Danke. Hallo, Fleischmann. Hallo Herr Dr. Bayer. Schön Sie zu sehen. Wie war die Nacht? Wie schlafen? Sehr gut. Sehr wichtig. Keine trockenen Augen, keine Kleebrügel auch. Ich muss sagen, ich bin total fasziniert. Ich habe wirklich vom Spiegel die Sonnenbrille abgenommen. Es ist nichts glasklar. Also von der Technologie und von dem, was ich heute schon einen Tag später mal sehe. Wie ich heute Morgen aufgewacht bin, das erste, was ich gesehen habe, war ein Vogel draußen am Himmel. Wenn Sie mal da vorne gucken, können Sie das schon lesen? Ja. V-A-R. Nochmal danke. Danke. Danke.